Und das Spiel liegt derzeit in den letzten Zügen. In der 95. Minute führt die Türkei mit 2 zu 1 gegen Österreich. Das zweite Tor für die Türkei, das war eher ein Gastgeschenk des österreichischen Torhüters Ötschkan. Eine ziemlich skurrile Situation, wie Sie hier gleich sehen. Und noch ist das Spiel in der Nachspielzeit, wie gesagt, beim Stand von 2 zu 1 für die Türkei. Und damit verabschieden wir uns für heute von den Zusehen auf Dreisatz. Danke für die Interesse und einen schönen Abend noch aus Wien.